1997 Autolite Nationals in Sonomo. Eddie Hill. Gelben Boilin und passen soweit wieder aus. 310 Meilen, das sind rund 500 kmh. Geflogen. Aber der Mann kam mit neuesten Verletzungen davor. Da hinten liegt er. Einmal sei es gesagt. Ab. In die Wand. Gott sei Dank nicht darüber. Bei exakt 496 kmh. Definitiv einer der spektakulärsten Unfalle 1997. Mehr sehenswertes Meilen. Selbstverständlich. Personenschäden. Nach der Werbung. Ich bin mehr.